so leute willkommen zum ersten richtigen wo w part ja hier kann man das sehen ich habe mir einen blut elf gemacht erst mal nur der heißt schau die tv ganz normal wie mein channel ja ihr denkt jetzt wieso hat er denn schon so hohes equip also hohes equip muss ich jetzt nicht sagen aber schönes erklärt das alles das habe ich von boten bekommen das kostet fünf punkte oder so ein teil und man kann alle 15 15 minuten das heißt in 15 minuten kannst du halt immer wieder wort und das einmal alle 15 minuten gekriegt sind und dass man so schnell zusammen so wollen wir mal in game gehen vielleicht habt ihr es schon so leicht gesehen ich weiß nicht ob man das jetzt sehen kann auf jeden fall bin ich schon leider in level 3 weil leute willkommen bei dem part so das ist der part die ich habe ich angefangen und dann und das nicht aufnehmen und hat aufgenommen dann nicht aufgenommen aufgenommen ja egal starten jetzt mal von der mann alle schon an alle questern also ihr seht es ich habe hier schon gut das kommt aber davon dass ich gewohnt ich auch schon ein bisschen ja das kommt davon dass ich gewohnt habe und für gott und bekommen soll das ja so mehr kann man halt nicht dazu sagen wir zocken jetzt erstmal und steigen ein paar Level ab warum ich schnell plündern habe das kommt davon wegen ich einfach schnell das Geld von der Hackung nicht raus muss sondern später einfach die Sachen verkaufen kann und dadurch auch noch Geld kriege und das ist in den ersten Level sehr 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 nützlich würde ich mal sagen mal kriegst du hier jetzt auf dem Fun-Server recht schnell Geld und hast 100 Startvolt aber trotzdem Geld kann nicht schlafen oh man mein PC macht irgendwie solche komischen Geräusche gerade ich hoffe das hört man jetzt nicht im Video und wenn ja dann ja werde ich das versuchen so ja 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 abgeschlossen Aufgabe abgeschlossen also ich werde jetzt nicht hinter jedem Quest da hinterher rennen ich mache erstmal alle Quests fertig und dann ähm laufe ich dann gebe alle auf einmal ab und dann kriege ich auf einmal die ganze EP das ist ja eigentlich recht schlau würde ich mal sagen ich mache das immer so so lange ich wie OB gezockt habe ich habe das immer gemacht wann wo lange geht es denn so soll ich da hochlaufen ich habe keinen Bock soweit zu laufen ah ich müsste jetzt einen Stein hier einsammeln ok würde ich jetzt nicht lesen was da dran steht weil das wird zu lange dauern so hier ist noch so ein Buch habe ich auch so jetzt gehen wir mal an das Quest da jetzt müssen wir da hoch hmm naja das ist mir eh geil von daher kennen wir die meine ich dachte da kann man einfach beilaufen aber beilaufen wir jetzt dann geht ja ganz schneller ein bisschen damage machen vielleicht so Geld kriegen wir auch schon bei den Mods oh du kannst nicht mehr tragen das ja passiert ja ja da wird geflangt oder beleidigt weiß ich jetzt nicht was da war auf jeden Fall der GM muted jetzt ein da 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 ist hier eigentlich immer recht viel los auf dem Server bis zu 500 Spieler immer am Tag online also morgen ist ja nicht so viel und ja aber abends wenn du so an kommst 500 Spieler kannst du immer mitrechnen oh oh ah Mist das ist ein Quest gegenstand schmeißen wir mal das da ah da startet ein Quest das ist ein Quest gegenstand hab ich hier nichts mehr? ne egal springen wir mal runter auf gut Glück und ah geht ja noch oh 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 der stellt ja eh ja richtig gut so was müssen wir hier umsachen nein hier müssen wir ja ich kann schwimmen das ist voll Inventar ist voll Inventar ist voll bla 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 schwimm schneller schwimm 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 hä? was habe ich denn immer noch vergessen da kriege ich gleich noch dieses Buch, glaube ich, das habe ich schon mal gemacht, irgendwo auf dem Server, ja, oh ja, du kannst es nicht mehr tragen, dann schmeiß da was raus, so jetzt haben wir alle Quests gemacht und geben die mal ab, blablabla, unsere Feinde werden fallen, ja, wichtig, die Gerechtigkeit wird auf sieben, Stufe 10 erreicht, so, geben wir hier alles ab, ach ne, wir haben die Blume, die Mitte, ja, ne, das kürzt auch mal an, schnell noch da hoch, und, ähm, ich unterbreche mal kurz hier den Part, weil ich aufs Klo muss, ja, bis gleich, so, ich bin wieder da, weiter geht's, ähm, was müssen wir denn jetzt machen, dafür noch hier den Quest angenommen, okay, ähm, scheiße, ich hätte mal verkaufen gehen sollen, naja, machen wir mal nach dem Quest hier, ach, Mist, das Quest wird, glaube ich, so ein bisschen länger, bleibend wachsam, ja, ähm, nur eins, was ich vielleicht gut verkaufen könnte, aber, lassen sich irgendwie alle nicht zu gut, ach so, haltet den Kurs, ja, wenn man da jetzt, ein bisschen möchte ich anfangen, muss da irgendjemand gählen, ja, diese Freunde hier, die da rumlaufen, weil ich habe Wichtelbeschwörung, so, Mist, ich hätte auch skillen können, ähm, ja, fürs Leveln erreicht, schon viel mit so, 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 Wichtelabpacker machen wir mal ein bisschen mehr im Leben hier, also, der Hexer ist echt geil, seine Heere helfen ihm sehr, und, ja, so, ja, wir. Los geht's los geht's los geht's. Der Tag ist voll. Der Tag ist voll. Klar hast du ein Ziel, nein, mach es schneller, los geht's, los geht's, tot, so, den brauch ich jetzt nicht mehr, ja, Mist, ey, ja, den krieg ich jetzt nicht mehr, los geht's, los geht's, kill ihn, kill ihn, ja, der Inventar ist voll, ja, der Inventar ist voll, ja, 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 der Sieg ist nahe, so, warte, ja, ich weiß, dass du nicht mehr tragen kannst, Stolz Zeit ist Gold so ich glaube ich mache mal erstmal hier Schloss und jetzt mache ich mal eine sichere Gegend neben der Waschung der Sieg ist nah und ähm ja der Part wird leider etwas kürzer als sonst immer glaube ich sonst mache ich immer glaube ich um die 15 Minuten Parts aber wegen Zeitgründen muss ich leider jetzt schon aufhören bis zum nächsten Part Tschüss